Hallo, ich bin Emilio und ich singe seit acht Jahren im Kinder- und Jugendchor der Deutschen Oper. Heute treffe ich den Tubisten, wie kennt ihr aus, aus dem Orchester der Deutschen Oper Berlin. Hallo, grüß dich. Wann genau hast du angefangen Tuba zu spielen? Ich habe mit 15 Jahren angefangen, davor habe ich ganz verschiedene Blasinstrumente gespielt und Schlagzeuge auch noch. Ich komme aus Griechenland, aus der Insel Corfu, wo ganz viel Blasorchester-Tradition gibt. So habe ich angefangen. Ab wann könnte man denn anfangen Tuba zu spielen? Man könnte mit 14 Jahren anfangen zu spielen. Es gibt kleinere Instrumente für Kinder besonders, die man damit einsteigen kann. Wie genau macht man das jetzt? Einfach ähnlich wie bei der Trompete? Ja, also man versucht diesen Klang zu machen. sehr gut. Natur-Talent. Du hast doch sicherlich auch eine Lieblingsoper, oder? Also, eine Lieblingsstelle, sagen wir mal so. Ja, also ich mag viele Oper, aber eine der schönsten Oper finde ich ist Tosca insgesamt. Man kann nicht direkt die Lieblingssiebelungen weglassen, als du bist. Da ist man ganz gut beschäftigt. Hast du vielleicht Lust etwas zu spielen? Ja gerne. Die sind Oper, da sind Oper. Ein, zwei, zwei, sechs. Erstmal. EIN, zwei. An welchen Stellen in der Oper hört man die Tuba denn besonders gut? Die Tuba hört man eigentlich bei jeder Stelle ganz gut. Nicht nur weil es laut ist, sondern weil der Ton ist unverwechselbar. Es gibt Stellen, wo man zusammen mit der ganzen Blechgruppe spielt, so wie zum Beispiel Lohengrin. Also man kann verschiedene Emotionen oder verschiedene Situationen mit der Tuba spielen. Also sozusagen fast alles, oder? Ja, man kann mit der Tuba verschiedene Charaktere darstellen. Einen mächtigen Charakter kann man ganz leicht mit der Tuba darstellen, aber im Gegensatz kann man auch eine Liebesgeschichte erzählen. In der Oper ist selten, dass die Tuba so eine romantische Melodie spielt. Es ist meistens gefährlicher Charakter oder der Gegner von der Held von der Tuba interpretiert. So zum Beispiel der Drache von Sigrid. Ein extremer Fall ist die Bühnenmusik zu Vortec. Diese Oper von Alban Berg braucht eine betrunkene Kneipekapelle, die auf die Bühne kommt und spielt. Und was ist denn Bühnenmusik? Bühnenmusik oder auf Italienisch Banda, La Banda, ist eine Gruppe von Musikern, außer dem normalen Orchester im Graben, die entweder auf der Bühne mit Kostüm spielen oder hinter der Bühne. Du hast ja ganz viele Tuba liegen. Gibt es denn große Unterschiede, also von der Farbe, von der Größe oder von dem Aussehen her? Ja, also als Oper du bist, man müsste drei Instrumente spielen können. Die Bass-Tuba, im deutschen Orchester muss das in F gestimmt sein. Die Kontrabass-Tuba in B und das Zimbasso. Das dritte Instrument, also das Instrument, das sieht ja gar nicht aus wie eine Tuba, ja, das ist ein spezielles Instrument. Das ist ein Zimbasso. Es ist für die italienische Oper gedacht, besonders für Verdi und Puccini Opern. Es sieht aus wie eine Mischung von Tuba und Posaune. Und gab es denn einen Komponisten, der die Tuba besonders geliebt hat? Ja, der Sergej Prokofiev hat die Tuba besonders geliebt. Im Gegensatz zu Prokofiev, es gab einen sehr berühmten Komponisten, der die Tuba nicht so schön fand. Und deswegen hat er ein anderes Instrument benutzt. Giuseppe Verdi, der hat immer oder fast immer dieses Instrument hier benutzt. Deswegen kam das auch in der italienischen Oper ein. Du musst sicherlich auch viel üben für die Oper. Machst du es dann zu Hause und wenn ja, was sagen denn deine Nachbarn dazu? Also ich darf zu Hause üben. Die haben bis jetzt nichts gesagt. Aber am liebsten übe ich hier in der Oper. Da kann ich freier spielen, etwas lauter als zu Hause. Die Tuba ist ja so ein großes Instrument aus Blech. Sie sieht so stabil aus. Kann die denn überhaupt kaputt gehen? Wenn es eine Beule oder kleine Delle gibt, dann kann man natürlich weiterspielen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber zum Beispiel, wenn die Ventile nicht gehen, wenn man die nicht drücken kann, dann kann man nicht spielen. Zum Beispiel hier habe ich eine Riesenbeule jetzt. Siehst du? Oh ja, oh ja. Sie ist so. Da oben. Sie ist strapaziert, aber die Tuba kann man immer noch spielen. Die Tuba hat ja viele Kleinigkeiten an sich. Wie genau ist sie denn aufgebaut? Die Tuba besteht aus ganz verschiedenen Teilen. Man hat das Mundstück und es wird immer größer. Der Mundrohr, man hat hier die Maschine, wo die Ventile sich befinden. Man hat bei dieser Tuba hier vier Ventile und auch jedes Ventil hat einen Zug. Und mit jedem Zug kann man die Interaktion nachkorrigieren. So wie bei dieser hier oder hier. Dann wird es weiter immer größer, immer größer und irgendwann mal kommt der Schaltrichter, wo der Ton hier rauskommt. Diese Tuba ist eine Bass-Tuba in F. Wenn man nichts drückt, keine Ventile drückt, der Naturton ist F. Und dann hat man viele Ventile und damit kann man die Tuba verlängern. Das heißt, man kann auch verschiedene Töne spielen. Und kommen auch verschiedene Töne, wenn du die gleiche Taste spielst? Also kannst du die Töne auch mit deinem Mund verändern? Natürlich, das ist für die Blechbläser sehr wichtig. Man hat nicht ein Ventil für jeden Ton, sondern hier zum Beispiel hat man sechs Ventile, aber trotzdem kann man alle zwölf Töne spielen. Man hört dich ja relativ laut atmen, wenn du spielst. Wie ist es denn genau mit der Technik des Atmens? Ja, man braucht viel Luft, als du bist. Man muss auch immer wieder atmen, sonst kann man so ein Instrument nicht spielen. Man kann, wie auch andere Instrumente, zum Beispiel Oboe, auch zirkulär atmen, wenn man spielt und gleichzeitig einatmet durch die Nase. Also man bläst das Instrument durch den Mund und gleichzeitig atmet durch die Nase. Deswegen auch zirkulär. Ich dachte auch immer, dass man mit einer Tuba nur langsamer spielt. Also man hört fast immer nur langsame Lieder. Aber es ist ja sehr krass, dass man auch so schnell spielen kann. Es gibt Klischees, was man denkt, dass so ein schweres Instrument nur schwer bewegen kann. Aber das stimmt gar nicht. Man kann schnell spielen, so virtuos. Die Tubers sehen ja so groß und so schwer aus. Weißt du denn ungefähr, wie schwer sie sind? Ja, so eine kleine Bass-Tuba wiegt ungefähr 11 Kilo und so eine große Betuba um die 14. Woher kommt die Tuba denn ursprünglich? Die Tuba ist eine Berliner Empfindung. Ja, die allererste Tuba wurde hier in Berlin gebaut, 1835, von der Firma Moritz. Leider, diese Firma gibt es nicht mehr. Und man muss die Tuba doch sicherlich öfter mal reinigen oder putzen. Wie genau macht man das denn? Die Tuba kann man auch selber putzen. Die ist wasserdicht. Die kann nicht kaputt gehen vom Wasser, wenn die man danach gut trocknet. Man kann die in die Badewanne. Also man kann sie einfach duschen? Ja. Man macht das nicht jeden Tag, aber das geht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020